Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt. Es gibt Pokémon Gold Edition, Hartgold, der Titel ist gar nicht behindert. Einfach, einfach rein. Alter, Brief von Lira. Was soll ich mit dem Brief machen? Lesen, was steht hier? Ich bin teurer, aufgeregt. Ich liebe Pokémon. Deine Mutter liebt Pokémon. Oh, ist das, ist das ein Briefkasten? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe die Wände meistens angemacht. Fiegt mich. Oh, das ging schnell. Okay, wir sind wieder da. Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert ist. Wisst ihr was? Ich weiß auch nicht. Alter, geil. Togekiss, der Name dein Pokémon ist in der Sport. Und hier ist... Das gab es doch schon mal... schon mal in den letzten RP, oder? Das Togekiss? Niki, das Togekiss... Jetzt ernsthaft, das Togekiss gab es in beiden Pokémon Platin-RPs und in alle drei Pokémon zu Silver-LPs gab es Togekiss als Pokémon. Möchtest du Togekiss einen Spitznamen geben? Ja. Scheiße, es ist wei... es ist nicht weiblich. Sonst hätte ich Sude genannt, weil Sude... es heißt immer Sude. Sie ist is. Genief. Genief ist ruhig. Moves. Ist das sein scheiß Ernst? Oh mein Gott. Nimm fucking Mautzi. Los, gelieb. Jetzt scamp. Genau, Raphael. Dieses... Dieser Attacken... Aurasphäre. Go. Mautzi, fucker. Dead. Night? Oh, what? Toad. Geil. Level 7. He is back. Dies mutterfucker. Jetzt mal heilen. Wir müssen zurück zum Labor. Da ist... Dreck. One. Hm, was passiert wohl gleich? Ups. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Beschwingung für ein Schwächling wie dich? Was ich damit sorgen will, fragst du. Bedeutlich musst du nur noch werten. Deine erkläre es dir ganz genau. Mein Pokémon hier ist nicht übel. Weißt du, ob man bitte fertig ist. Bleiben keine Fragen mehr offen. John Cena! He, 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 he. Herausforderung von... Rassant. Ja, 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 ja. Dies ist motherfucking present. Er hat einen Bengalt. Wollt ihr einen Trick sehen? Fuck. Easy. Wie heißt der Junge? Wer möchte Rival sein? TWIMAX! Es ist mal hier, der kann wieder auf die Schnauze hauen. Oh Yoshi, hier war ganz schön was los, sage ich dir. Dieser U-Han, der hat einen Brocken-Petzer mit C4 aufgesprängt und es war ein Gelaufen. Und hat einen fucking Winker geklaut. Der Tür ist hier eingebrochen und hat den scheiß Winker geklaut. Ich glaube, er ist einfach von den richtigen. So ungefähr funktioniert das. Wie du konntest es nicht genau sehen, wie es funktioniert. Da führe ich dich eben nochmal ran, komm rüber. Aufmachen. Die fucking Gewaltruppe fangen. Hilfe. Ich habe 6 Dragoa gefunden. What? Also. 6 Dragoa. Komm. Fuck. Arschloch. Arschloch. Ist das dein Dreck ernst, Junge? Ne? No. 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 No! No! Kedif Spawn! Dead! Kedif ist so scheiße Spawn, Junge! Ah, du bist so stark! Äh, hätte ich nicht gedacht. Äh... 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 Ich bin gerade ein paar Sekunden weg oder passiert sowas? Niki? Äh... Profi-Spiel kaputtmacher Joshua. Moin Gamela! Fiext! So, weiter! Du hast die Idee. Pokémon-Schule, oh Gott, nein! Nein! Bleib weg! Hier ist die Arena, aber wir können hier, glaube ich, noch nicht rein. Hier steht 3-Story-Profi, ja. Der Falk ist nicht da, weil... Urlaub. Okay. Danke dafür, Pokémon. Okay! Äh... Breakdancer. Ohne Beine. Schmeiß ihn! Wenn er drin bleibt, ich schmeiß mich. Aus dem Fenster. Schmack-Brand. Alter! Der kann deine Mutter mit Feuer verbrennen. Hier, nimm einen Blitz, damit kannst du dir... Hm... Also... Was ist das? Was ist das für eine Abkürzung? Ja, ich achte jetzt von hinten platt. Ich glaube, ein Maultier ist ein Tier mit einem Maul. Raphael, IQ 888, Alter. Mal hier IQ 8999. Also, wir sind eigentlich Maultiere. Sehr weise. Niki und Raphael, aha! Ohne Erfolg! Donner Atombombe umbringen können, wanted? Neue Move. Offiziell besteht, ich Donner Atombombe. Tod. Level 15. Niki hat 5000 Geld. Lange nicht gesehen, Ishi. Professor Lindt hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hat eine Bitt an dich. Und zwar, hat er gerne, dass du dieses Poker anbietest? Ja, ja, mache ich gerne. Durch die Hälte. Ei. Es ist weiblich. Oh mein Gott. Bitte, bitte bleibt drinne. Ich bete. Ich bin tot. Ich bin tot. He's back, boys. We did it. Lass mal die Ruin erkunden. Ich hab' darauf Bock. Hm. Was ist das wohl? Hm. 6-3-1. Mach deine... äh... Spezialattacke. Halt nicht. So, Kuppel. Jetzt ist immer irgendwo er... Durchrechnung, Klack ist das hier. Ich hab' genau richtig geformt für dich. Deswegen bin ich auch hier. Alf Ruin. Du bist Noob und hast 530 Geld. Danke. Fuck. Wieso kommt das denn... Oh, fuck. Ähm... Genief, komm mal bitte. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ähm... Aua. Genief wurde breit gestampft. Hier, friss auch was, Fähre. Was? Du hast eine Zwischenrufe entdeckt. Top Eater? What? Ich wagen von 6-3-Gora neuchten rosig. Oh Gott. Oh, nein. Lauf. Oh, ey. Folg mir. Oh. Sieht so aus wie ein... Dreck. Oh, wagen. Er raus hier. Wo bin ich jetzt überhaupt? Oh, ich bin hier. Regal. Lass einfach abhauen. Big reveal. Wenn euch dieses Team gefallen hat, wünsche ich euch zum Togen. Wenn ich auch schaue. Wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Discord zu bekommen. Wir haben alles geschafft, was ich heute schaffen wollte. Willkommen beim alten Pokémon. Wir sehen uns irgendwann wieder. jeder. Ich geh essen. Ich geh essen. Ich geh essen. Untertitelung des ZDF, 2020